Moin Freunde, The Lost is here. Und zwar heute mit meinem zweiten Teil von meiner Best of von Zone Wars. Ja, alles mit Augen gemacht. Ich hab noch ein paar andere Kürze, die werden zu lang gewesen. Vielleicht bleibe ich irgendwann nochmal ein Zoo. Aber streit mal, wie ihr das findet, dass Zone Wars jetzt nicht mehr bestimmen kann, welche Insel man geht. Also, man wird in eine zufällige Insel getan. Ich versuche nicht, wenn ich ziemlich kacke. Denn, ja, Torben und ich hatten unsere Main-Insel. Die hat uns am meisten Spaß gemacht und letzten Mal auf verschiedenen Inseln. Aber ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 So, ich beziehungsweise wir hoffen, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst und auch keine Streams. Torben und ich haben uns vorgenommen, mehr Streams zu machen. Und dann, ja, da werden viele Winstels vielleicht kommen, High-Kill-Rounds oder so. Ja, auf jeden Fall werden wir an Live-Events treiben, wenn es geht. Und wenn ich da bin, dann ist auch die neue Season an Live-Event. Und ich würde sagen, liken nicht vergessen, abonnieren sag ich nochmal. Und ciao, wir sehen uns, Leute. Bis dann.